Wer da? Ach, das sind ja Lenny, Samy, Jaro und der Alexi. Ja hallo, auch ein herzliches Willkommen von uns, der Gruppe mit dem Projekt Knock Knock. Ich würde uns einmal ganz kurz vorstellen, das ist Alexi, das ist Jaro, das ist Lenny, ich bin Samy und wir haben das Projekt zusammen mit unserem wundervollen Mentor Flimmy umgesetzt. Auch an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön und einen großen Applaus an Flimmy. Und ich hätte gleich am Anfang mal eine Frage und zwar, wer kennt denn alles das Problem, dass man zum Beispiel entspannt in seinem Zimmer sitzt und Kopfhöreraufwand Musik hört und dann geklopft wird und man das nicht hört? Wer kennt das? Oh ja, das sind einige und das haben wir uns auch gedacht und haben überlegt, wie man das denn schön lösen könnte. Und da haben wir uns eine tolle Projektidee ausgedacht und zwar eine Klopferkennung. Das heißt, wenn jemand vor der Tür steht, klopft, dass man irgendwie anders als nur Knopfen benachrichtigt wird, damit man das auch durch Kopfhörer erkennt, durch was auch immer, dass man quasi mitkriegt, wenn jemand klopft und informiert wird. Ja, wie genau das funktioniert, das erkläre ich euch heute einmal und zwar haben wir hier einmal ein Bild vom Aufbau. Wir haben an sich zwei Kernaspekte. Das erste Kernelement ist ein ESP32. Das ist auf dem Bild das kleine schwarze Teil auf diesem Steckbrett. Das ist prinzipiell ein sehr, sehr kleiner Computer, der in der Lage ist, für seine Größe verdammt erstaunliche Sachen zu berechnen. Und dann haben wir einmal das, was auf dem Bild zugetaped ist. Das ist ein Gyrosensor. Dieser Sensor hat ein eingebautes Gyroskop und kann damit Beschleunigung sowie auch Drehungen wahrnehmen, auf drei verschiedenen Achsen jeweils. Das heißt, wenn ich irgendwas beschleunige, da ist ein Gyrosensor dran, kann er wahrnehmen, in welche Richtung ich das beschleunige und vor allem auch, wenn ich es drehe, in welche Richtung das gedreht wird. Und das haben wir uns tatsächlich auch sehr zu Nutzen gemacht. Und zwar läuft das Ganze so, man klopft und dann wird aber noch unterschieden, der Case. Es kann ja sein, dass man einfach nur seine Tür öffnet und man möchte natürlich nicht benachrichtigt werden, wenn man einfach nur aus seinem Zimmer geht oder in sein Zimmer gerade betritt. Demnach unterscheiden wir zudem auch, ob sich die Türe gerade öffnet. Das machen wir eben mit dieser Dreherkennung. Oder ob gerade einfach nur wirklich die Vibration vom Klopfen wahrgenommen wird. Und ja, an sich, wie das Ganze im Code funktioniert und dass wir am Ende auch eine Benachrichtigung bekommen, das erzählt euch jetzt der liebe Jaro. Jawohl. Im Code müssen wir natürlich dazwischen unterscheiden, wird geklopft oder wird aufgemacht, hat Lenny gerade erklärt. Der Sensor nimmt das Ganze recht ähnlich wahr. Am Anfang haben wir das so gemacht, wir haben einfach nur nach Bewegung, nach Bewegung gemessen und dann gesagt, ja, es klopft. Und wenn die Bewegung groß genug war, haben wir gesagt, nö, ist eine Öffnung. Das Problem ist, dafür müsst ihr eure Tür ziemlich weit aufreißen. Wenn ihr eure Tür langsamer aufmacht, war das recht fehleranfällig. Was wir also gemacht haben ist, jedes Mal, wenn wir irgendeine Art von Bewegung, Erschütterung feststellen, warten wir erstmal ein, zwei Sekündchen und schauen, wie weit bewegt es sich denn über diese paar Sekunden. Wenn es recht weit ist, geht vermutlich die Tür auf und es passiert nichts weiteres. Was wir dann weiterhin machen, wenn es sich nicht weit bewegt und wir uns ziemlich sicher sein können, da wurde geklopft, schicken wir das Ganze von diesem kleinen Minicomputer, der überraschenderweise auch mit dem Internet interagieren kann, an unseren Server und der benachrichtigt dann weiter. Wie das Ganze in Action funktioniert, zeigt Alexi jetzt mal. Dafür machen wir hier mal klein, weil wir wollen ja auch gerne zeigen, dass wir auch benachrichtigt werden. Und zwar haben wir jetzt hier unseren Aufbau, nämlich einmal ein Holzbrett und das ist gelagert auf Schaumstoff, damit sich das Holzbrett ein bisschen bewegen kann, wie eine Tür, die vibriert. Und hier haben wir unseren Sensor in einem Case, zusammen mit dem Mikrocontroller, verbunden mit einem Akku und wir können jetzt mal gucken, was passiert, wenn man auf das Holzbrett draufklopft. Dann fangen die Lampen an zu blinken und ein Klopfen ist erkannt. Wir können es mal versuchen. und es funktioniert. Und man sieht zudem noch, dass auf dem Web-Börser eine Benachrichtigung angekommen ist für ein Klopfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist unser Projekt Knock Knock. Habt ihr noch Fragen? Hat wer noch eine Frage? Das sieht nicht so aus. Sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank.